Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTure! Hallo! Heute haben wir hier mal Wehwehchenwolf. Genau, mit dem spielen wir hier. Das ist ja Wehwehchenwolf. Man hat einmal den Wolf und dann hat man eine Pinzette, beziehungsweise so einen Haken, womit man dann diese ganzen kleinen Dinge hier rausholen kann. Das was er halt im Maul hat, was raus muss. Ja genau, irgendwie Frösche, tote Fische, Becher. Was ihm die Schmerzen bereitet. Und man darf natürlich nicht dann gegen die Zahnspange kommen. Übrigens, der Wolf wird auch müde innerhalb. Wenn man nichts sieht, geht die Klappe zu. Das auch. In der Zeit geht es immer weiter zu. So, und hier dreht man... Eine Drehscheibe dann würde ich sagen. Eine Drehscheibe, genau was man denn da rausholen muss. Es gibt blau, es gibt grün und es gibt... Blau ist am einfachsten. So komm, wer fängt an? Ich fängst dann mal an. Du darfst, ich zähl mal blau. Oder orange auf was steht da jetzt. Ich nehm blau. Dann fisch dir mal was schönes raus. Vorsichtig nur, ohne das zu überrühren. Sobald er einen Pieps von sich gibt, der Wolf, also jault, dann muss er aufhören. Dann darf er seinen Teil nicht mehr rausholen. Der Wolf muss wirklich ganz still bleiben. Escher hat einen Teil rausgezogen. Genau, jetzt ist Max dran. Max darf einmal drehen. Und dann gucken wir mal was er hat. Blau! Dann darfst du blau rausholen. Ähm... Vorsichtig, du darfst nur nicht gegen das Metall kommen, weil sonst jault er. Au! So Papa, du bist dran. Papa, was hab ich? Blau! Er hat alles blau raus. Das sind Brillen, der hat Brillen gegessen. Ja, wie soll auch immer. Dann würde ich mit deiner Schell-Schnucki vielleicht einen Haken nehmen oder so. Und das ins Brillen-Gleis reinstecken. Geschafft! So, Mutti! Die Mutti ist dran! Was darf ich denn? Orange! Aber es sollte auch eigentlich leicht machbar sein. Leicht. Relativ leicht. Ja. Nein! Lass ihn schonmal halb raus. Komm mal schnell raus da! Komm mal schnell raus da! Geschafft! Ich hab einen Becher. Das hast du sehr gut gemacht. Ja. Er wird müde. Sobald er jault, muss man das zurückwerfen. So, Ash, geschafft? Ja. Sehr gut. Max ist dran. Einmal drehen. Grün! Das ist so eine grüne Welle hier. Vorsichtig. Und? Schaffst du das? Esch, esch, esch! Oh, wie jault. Okay, Papa ist dran. Schwierig, ne? Blau. Hast du überhaupt was Blaues drin? Wir haben eine Sonnenbrille. Platz die Power jetzt hier. Ich hab mich kurz mal hingelegt hier. Hilfe Max. Na, wenn das... Schafft er das? Wenn ja, dann hat er schon Max gewonnen. Weil ich glaub, das Maul geht dann weiter zu. Ja, ich glaub auch nicht zu werden. Und wir drei kriegen das hier raus. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht doch. Ah! Doch, doch. Ja, ja. Hat er? Hey, super. Mit ruhiger Hand. So. Du bist ja die Ruhe selbst hier. Zwei Brillen, hab ich schon. So, was hab ich denn gleich? Ich kann auch gleich gar nicht mehr ranhauen. Blau gibt's nicht mehr, glaub ich. Oh nein, blau ist nichts mehr. Okay, dann Asch. Du bist dran. Blau. Blau-Grün. Grün. Ich versuch mal den Fisch zu kriegen, aber... Ein Fisch. Das ist gar nicht so leicht. Den bekommen wir noch nicht mehr raus. Der hängt dann besser, weil das Maul halt eben schon weit unten ist. Aber wer das noch was wird? Das wird mal. Aber er muss ja gleich auf den Bad schon wieder zu gehen, oder nicht? Ja. Doch, das kriegst du ja. Du kriegst sofort. Oh! Und schade. Aber weißt du was? Ihr beide habt gewonnen. Ihr habt zwei Teile. Da hat Wehwehchen Wolf zugeschnappt. Genau. Und nun? Wer hat gewonnen? Ja, ihr beide. Weil wir haben mit Max nur ein Teil gefischt. Und ihr habt zwei, zwei. Das gibt Beef. Wollen wir noch eine Runde jetzt? Ja. Ja? Julie? Also ich würde sagen, wir machen mal zwischendurch mal ganz kurz was anderes. Ja. Nämlich? Na, erzähl du mal. Eine PS4 Verlosung mit Controller. Genau. Mit extra Controller. Und die haben wir hier auch schon. Richtig. Ja. Ja. Das ist die Konsole. PS4 Pro. Und? Und da ist noch ein Controller mit dabei. Gibt es diesen weißen Controller noch mit? Also PS2 mit zwei Kontrollern. PS4. Ja. PS4. PS2 mit vier Kontrollern. Das wäre auch mal was. Gibt es hier überhaupt noch? Weiß ich glaube nicht. Also PS4 mit zwei Kontrollern. Ich kann mich ja mal versprechen. Ja. Du darfst das. Hier ist sie. Also wenn ihr die haben wollt, einfach hier in diesem Video unten in die Kommentare reinschreiben, dass ihr mitmachen wollt bei der Verlosung. Ihr müsst Abonnent sein von uns. Genau. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann werdet schnell Abonnent. Einfach oben links, wo ist der Knopf? Ich glaube immer unterschiedlich. Einfach drauf drücken. Abonnieren. Kennt ihr sicherlich. Glocke an. Damit ihr auch nicht so tolle Videos verpasst wie dieses Wehwehchen-Wolf-Video und viele andere. Und einen Kommentar schreiben. Genau. Und einen Like geben. Ja. Noch was? Und 14 sein. Und noch einen Kuchen backen und uns zuschicken. Genau. Das war Spaß. Und 14 sein, beziehungsweise wenn ihr noch keine 14 sein seid, eure Ecke tragen. Kann man nicht überhaupt sehen hier? Ja. Also ich kann das sehen. Also Verlosung nicht vergessen. Jetzt geht es aber erstmal weiter hier mit unserem Wehwehchen-Wolf. Die Verlosung geht schon bis nächsten Sonntag, oder wie war das? Bis Weihnachten. Bis Samstag. Bis Samstag. Sonntag wird ausgenutzt. Der Tag vor Weihnachten. So. Und jetzt geht unser Wehwehchen-Wolf weiter. Und wir sind die Verlierer. Nee. Orange. Wir dürfen nicht mitmachen. Ist da eine Hose drin. Und die Esch gerade zieht. Ja. Was ist das? Eine Hose? Eine Hose. Genau. Kann gut eine Hose sein. So. Ich hab hier, was ist das? Grün. Ja. Ich hab hier nicht. Butterfisch. Esch. Du bist dran. Dreh mal. Ja. Schau. Und? Blau. Blau. Ich würde auch Blau nehmen. Du möchtest auch Blau? Es ist Blau. Ja. Du bist dran. So. Und? Orange. Okay. Eher Braun? Ja eigentlich Braun, ja. Super. Was nimmst du? Hier, da ist doch gleich so ein Henkel dran, ne? Ja. Aber praktisch ist so ein Haken dabei. Oh. Hast du das nicht? Nee, oder nicht? Ich hätte nicht jetzt. Er hat nicht gejault. Du kannst einfach weiter machen. Achso. Stimmt der. Er muss ja jaulen. Und? Hier hab ich. Zwei Elchmuss dran ziehen. Oh Gott. Ich nehm öffne den jetzt. Und? Ey, die ist doch noch da unten. Der ist doch angeklemmt. Mann! Ja. Geschafft. Super. Und ich schon wieder dran. Papa ist dran? Blau. Blau geht ja dann, ne? Kann man da gut rausnehmen. So. Da hab ich was Blaues. Blau, Ash. Das ist auch ganz leicht. Die Brille vorne gleich. Schau dir wie es mit denen, oder? Ist das sinnvoll? Oh, jetzt wirds einfach. Jetzt wirds einfach? Ja. Jetzt wirds einfach. Ja, wie schau. Papa ist dran. Oh, orange. Ja, ein bisschen weiter drehen können. Andere Seite. Oh, dann müssen wir überhaupt noch was? Ja, auf der anderen Seite. Ja, orange. Das müssen wir auch mal am besten fahren. Na? War das was? Okay, Ash ist dran. Nee, wieder reinlegen, Ash. Das war das denn? Ja. Wieder rein. Weil er hat gar jau'n. Ja, genau. Bei dem Maul. Orange. Oha. Das wird schwer. Ich glaub der Seite ist orange. Auf der anderen ist einer. Genau. Da. Das ist ja doch einfach. Das kann schwer werden, glaub ich. Kann auch schwer werden. Ach so wie es weißt. Einfach, sagst du? Mhm. Das ist noch schwerer geworden. Vielleicht schnappt er gleich zu. Also ich glaub das ist einfach. Ja, also der Wolf schnappt... Oh, das ist nicht einfach. Das ist absolut nicht einfach. Das ist ziemlich ne Herausforderung grad, glaub ich. Ich komm doch gar nicht dran, die Zange ist nicht lang genau. Hm? Soll ich hier ne Pinzette bringen? Jetzt jaul doch mal. Und? Kriechst du das raus? Der ist vorne, hier vorne ist er. Hä? Ich hab mir auch noch vorne geschnitzt, das Ganze. Oh je. Das geht ja gar nicht. Ich find das gar nicht gut. Jetzt jaul doch mal. Oh, geschafft. So. Oh, Schnucki. Oh, schnell, 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 schnell. Die beiden vier Sachen. Hier ist gleich noch der Einblaus. Okay. Das hab ich gemacht. Das war nichts. Gar nichts. Ich komm von alleine her. 4, 4. Also, ist wieder unentschieden. 1, 2. Ist das 1 hier? Ach so. 4, 4. Unentschieden. Genau. Und jetzt? Unentschieden. Jetzt gibt's noch mal ein Stechen oder wie? Gab's eben doch schon. Es gab doch gerade das. Ah, das war ein Stechen. Ja. Ihr teilt euch den ersten Platz ganz einfach. Genau. Die Playstation. Wir spielen immer zusammen. Ja. Aber nein, die Playstation geht ja schon an euch. Ja. Ja. Also, denkt da dran. Hier bei der Playstation. Was ihr halt da machen müsst. Kommentieren. Man muss zocken. Kommentieren auf diesem Video hier. Dies hier ist unser Verlosungsvideo. Also hier kommentieren, dass ihr das haben wollt. 14 Jahre alt sein. 14 Jahre alt sein. Liken. Genau. Daumen hoch hier für unser super Wehwehchen-Wolf-Video. Genau. Und? Ein Like für eine Runde mit Like für Wehwehchen-Wolf. Nein. Glocke an. Genau. Und einen Kuchen backen. Hatten wir ja gesagt. Oder ein paar Plätzchen. Nein, das war ein Scherz. Okay. Also weder Kuchen noch Plätzchen. Ja. Das war's jetzt hier von uns. Wir drücken euch die Daumen. Genau. Und dann. Heiligabend werden wir hier rausfinden, wer die gewonnen hat. Das wird ein tolles Weihnachtsgeschenk. Genau. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.